So meine Freunde, wie gesagt, wir sind jetzt beim ehemaligen Kinderheim von der Steiermark und damit mal echt aufpassen im Wald, wo man hinsteigt Und jedenfalls, wir sind jetzt beim Kinderheim ankommen Wie man sieht, wenn mein Auto kommt, dann müssen wir uns da ein bisschen versteckt halten Für den Alarm, okay Ist ja auch Mist Wer hat der Power? Deswegen, ja Mist, ich erkläre, dass wir nicht da herkommen sollen Auf jeden Fall von außen, hier ist sowas Und oben steht Ich hoffe, ich kann mal gut erklären ihn Die Brüten verboten, Lebensgefahr So Kinder Und wie gehört, mein Betreuer Der hat dann Genau, ja So Ich hilft nichts, wir müssen, wir müssen mal die Schuhe nachher gut abputzen, wie gesagt Ich hilft nichts Aber wie gesagt, der Kinderheim wird erneuert Aber wie gesagt, der Kinderheim wird erneuert Scheiße Scheiße Wir stehen einfach nur Hahaha Wir müssen da durch Wir müssen da durch Da sieht man Wir müssen da durch Eine Tür Eine Tür Eine Tür Nein, die Tür Verschlossen Und Oh Da muss man aufmachen, die Knie Die Knie sind Ja, aber warum ich nur überreifende Mit der Tür Und das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Scheiße, meine Schuhpfanne sind offen. Können Sie mir die Taschenlampe auch mal runter holen? Wollt der Power-Wikir nicht, dass da jemand herkommt, dass ich nur einen kleinen Einblick euch zeigen könnte. Die Schwarz wäre ideal, oder? So. Perfekt. Dankeschön. Ja, ja, wenn man wirklich sein kann, ja, das sieht man nicht so viel, aber ein langer Tag ist noch hinten. Schade, dass man halt nicht rein kann, aber ist wahrscheinlich eh gescheiter. Und, ja. Dass man einbricht, ja. Ja. Aber, es zählt nicht, dass man reinkommt, sondern es zählt, dass man überhaupt gefunden hat. Und meine Schuhe sind grad total voller Mist. Ja, da muss man eben reisen jemanden. Wie gesagt, was war das? Aber ich glaub, da waren schon einige, dass sie nämlich, äh, wie man sich nicht in den Aufen kommt, und erkennt man schnell, weg. Oh, Scheiße! Fuck, Alter! Kriegt man nicht mehr raus, ich schaue noch. Dann wird dann meine Mutter sagen, warum stehst du das? Aber wir können auch... Aber wieso? Ich bin ja nicht angekommen. Vielleicht vom Gehen, vielleicht vom Stammtchen, vielleicht. Da hab ich gesagt, der Heim ist im Walde. Ist... Verschissen. Von draußen, vom Walde, komm ich her. Die Schuhe werden sowieso dreckig. Ja, wir haben auch gesehen. Ein Fairwater Power, wirklich, dass er überall Mist platziert, dass er halt, ähm, ja, kein Zugang zu einem Haus gewährt ist. Oh, Scheiße. Wir sind jetzt auf der Straße. Ja. Glaubst du nicht, der Autofahrer noch dort? Ich hab ja nicht weiter gefahren. Man hat die Autofahrer noch nicht gehört. Aber er hat was gesucht, oder? Ja. Kann, dass er nachher uns eventuell gesehen hat. dass er eventuell der Besitzer war. Ja. Ja. Aber so ist da hinten der andere Haus. Und da, ich hoffe, man kann nicht gut erkennen, mein Liebling ist. Ja. Und das meine Freunde. Hm? Ist doch auch sehr schön. Ja. Er meinte ich. Ich bin ganz meine Freunde. Ich bin ganz meine Freunde. Ist das Kinderheim? Und mein Kind? Mit unseren Gälen mit unseren Hörern praying, You don't become afraid Too high, lonesome Vipers In a nudie suit and a tinsel grin And smile on the gram Don't let go But you can't ever win Musik 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 Wooo!